Der Befehl Bild anpassen Fotofilter eignet sich auch hervorragend zur Korrektur und Anpassung von Farben. Wir haben hier einen Dichteregler, mit dem wir die Dichte dieser Filterung einstellen können. Das heißt, wir haben hier oben das Roll-Up, um auszuwählen, welchen Filter wir haben wollen. Also wenn Ihr Ansatz-Ausgangsbild ansatzweise zu warm ist, zu bräunlich ist, dann probieren Sie es mit einem der Kaltfilter und verstellen hier die Dichte, wie intensiv Sie es haben möchten. Also man sieht hier ganz deutlich, wie sich die Farbe verändert.